Der neue Zirkus, der Geschichte des Zirkusses ist gut, der in Warnung entfernt wird. Ich finde, das Hologramm ist sehr gut, finde ich gut. Das sind manche Nummern, die wären unvorstellbar gewesen für früher und die wir wunderbar auf die Zeit geben. Und wir alle müssen mit der Zeit geben. Ich finde, das kann es wirklich gut sein. Ich fand das Hologramm am Anfang ganz diese neue Art.